Und dann müssen wir jetzt theoretisch in das nächste Jahr abholen. Da ist ja noch ein Geschütz. Vorsicht, oben ist noch eins. Wie kommen wir denn da ein bisschen weiter? Weil da ist ein Geschütz. Ähm... Was macht ihr da? Ich habe eine Idee, wie es funktionieren könnte. Und wenn man hier nämlich durchrennt... Wo ist noch ein Weg? Da hier? Ja. Ah, hier. Okay. Da kommen wir weiter. Richtig. Achtung. Da hinten ist auch mit irgendwo eins. Linke Hand. Oben, über dem Tor. Alles klar. Gehst du nicht kaputt? Okay, du nicht. So, dann haben wir hier. Achtung, da kommt das. Das Geschütz hier nicht. Geht es hier in der Wolle weiter? Du stehst ziemlich gleich im Strahlen, wenn du rausgehst, glaube ich. Genau. Komm mal nach dem Hof nicht oder sonst weiter. Da sieht er uns auch glücklich. Da ist nichts. Weil mich wundert es, dass wir hinten noch zwei Geschütze haben, an denen wir nicht vorbeigekommen sind. Oder eins zumindest. Das ist aus. Und hier war eins. Ich denke fast, dass wir da hinten durchrennen müssen. Durch den kleinen Pfad hier. Genau gegenüber in die Tür. Ging das? Ja, genau. Das Ding dreht nicht schnell genug hoch. Aus. Sehr gut. Können wir uns wieder freier bewegen? Okay. Gibt es noch ein bisschen Hoffnung? Rüstung. Dann können wir da drüben noch rein. Genau. Und hier ist nichts. Gut. Und geht es hier noch weiter? Nö. Du gehst nicht weiter. Nö. Nö. Gut. Gut. Dann müssen wir irgendwie an einem Hauptgeschütz jetzt dann vorbei. Das ist natürlich jetzt dann interessant. Irgendwie, ne? Da ging es nicht weiter. Da ging es nicht weiter. Doch, da ging es weiter. Und da stehe ich gleich vor dem Hauptgeschütz. Gehst du so weit? Nö. So weit gehst du nicht. Ich sehe auch, ehrlich gesagt, doch da links. Ist das ein Weg, linke Hand? Komm mal zu mir. Und schau mal, linke Hand. Das grüne da. Du weißt, was ich meine? Uh. Ja, du... Auf den Seiten kommst du da nicht. Oh. 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 Ich sehe auch keinen Schalter dazu, ehrlich gesagt. Doch, da hinten ist es. Wenn du da oben an dem Turm gehst, siehst du das Kabel links. Ah, ja. Okay. Das geht dann links runter. Okay. Das heißt, wenn wir hier uns an der Wand entlang schlängeln und uns da mal betreten. Ja. Dann kommen wir da sogar durch. Okay. Ich bediene da ganz kurz das Geschütz hier. Als nur einer rüsten war. Das ist nicht. Ich schütze es aus. Once. Ich schütze es aus. Ich nehme deine Kopfplatte. Schau mal. Ich habe einen Schaden. Wenn du es schnell genug machst... Im richtigen Timing nicht. Genau. Das ist hier alles schon wieder viel zu ruhig. Oh, okay. Habst du was gesagt? Ja, ich hab was gesagt. Sehr gut. Okay. Ich würde schon irgendwas können. Oder ohne. Man muss ja nur mal nach oben gucken. Ich meine, man hat ja den Musik. Ja. Da ist Ruid. Da ist nicht Ruid. Und dann müssen wir, glaube ich, mal nach links ausweichen. Wenn wir nach links ausweichen, ist keine Ruid. Das ist sicher nicht so. Genau. Auf Ruck. Auf Ruck. Da ist nichts. Liegt noch was rum. Hm. Einmal liegen hier. Alleine. Gießen wir keinen Kopf ausreißen. Ich bin hoch. Ich weiß. Du stehst drauf. So. Haben wir hier noch was schönes liegen? Schalter. Schalter noch. Aus. Sehr gut. Ja. Alles zurück hier. Ja. Ich sollte mir die Klappe halten. Ich weiß. Ja. Du versteck. Ich mal. Oh oh. Es ist schädlich. Quinn. Choper's reconned. Gerrit ist schmer. Negative. Shit. Okay Will Will. We've been able to decide what Professor Stein was working on. Oh Quinn. Quinn. I'm gonna have to get back to you in a second. Sam. Das war der dezente Hinweis, dass wir irgendwas brauchen, was hier irgendwo rum wird wahrscheinlich. Ja, irgendwie hat er auch einen Stein. Au! Au! Wo sehen wir ein Deck? Ja, gut. Hier sind die in meinem Täter, die wir hier haben. Fässer. Fässer. Ja. Ich nehme an, mittendrin, Stücken-Torboy. Ich glaube bei den Explosivfässern zu stehen ist nicht unbedingt, ist nicht alle. Fässer ist noch weg. Oh. Äh. Wir müssen einfach das hier glaube ich weiter. Hier geht's weiter. Hier an meiner Ecke. Hallo? Ja. Genau. Da. Da. Und wahrscheinlich werden wir auf dem Weg jetzt hier gleich noch was hin. Wir müssen immer wieder wahrscheinlich Schutz nehmen müssen vom Helikopter. Da irgendwo ist wieder ein Geschütz da oben. Linke Hand. Sieht nicht gut aus. Die Stille. Da hinten. Oli. Aus. Hier. Ach ist aus? Los. Okay. Alles klar. Ich habe ja noch nicht viele durchgekriegt. Ich habe ja noch nicht viele durchgekriegt. Ich habe ja noch nicht viele durchgekriegt. Ich habe extra live am Schnee eingesammelt. Das ist sehr gut. Schutzweste hier drin. Hier hinten. Da hinten sind zwei Geschütze. Da hinten sind zwei Geschütze. Da ist noch ein Geschütz, da müssen wir gleich nach Buren laufen, links und rechts. Dann müssen wir durchrennen. Jetzt wollen wir eines der beiden Geschützer wahrscheinlich ausschalten, nehme ich an. Eins ist aus. Das ist der falsche Schalter für das Geschütz. Siehst du da irgendwo eine Schalter? Nein. Beim Geschützer aber nicht hin. Okay, aber wir haben ja gerade ein Geschütz hier ausgeschaltet. Warte mal. Das ist da. Und da hinten ist noch ein Geschütz, das müssen wir noch ausschalten. Kommt man da noch irgendwo durch? Da nicht. Hey. 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 Da ist noch ein Geschütz hier. Wo kamen wir denn gerade nicht durch? Wie ist ein Geschütz hier? Hier. Wo ich bin. Ach ich hab was. Du hast was? Und eins ist aus. Ja eins habe ich gerade auch vorhin ausgeschaltet. Und hier kommt ein zweites. Ein zweites. Okay. Da kommen wir her. Auch von dieser Mini-Gun. Für späte für die Mini-Gun vielleicht? Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Sattel haben wir hier noch eins. Dunkelmehr. Achtung. Das Kabel geht nach da rechts. Und da ist Action angesagt. Das sind zwei Geschütze. Vorsicht. Ich muss mich irgendwie herankommen an die blöden Teile. Ja. Wahrscheinlich hier. Oder doch nicht. Kannst du noch da drüben an die Haut sollen laufen? Oder ist das... ...dose Zone? Ich sehe bloß gerade den Schalter nicht. Achtung. Kleine Vieh. Das ist ja... Jetzt müssten wir doch eigentlich hier an einen der beiden Schalter zumindest mal dran kommen. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Extra life! Das war's für heute. Wait, wait! I'm still working on securing that bird. But I thought... No time to talk. I need a rocket launcher right fucking now! We'll be right back. 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 We'll be right back.